Ich habe mein Abitur mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Soziales absolviert. Im Rahmen meines Abiturs war es die Aufgabe, sich ein zweiwöchiges Praktikum in einem medizinischen Bereich zu suchen. Ich habe mich dann für den Bereich der Radiologie entschieden, bin im Nachhinein sehr glücklich mit der Entscheidung. Ich habe in meinem Praktikum die unterschiedlichen Bereiche durchlaufen, sei es die Strahlentherapie, Nuklearmedizin, sowie auch das konventionelle Röntgen, also die Radiologie. Mich hat überrascht, wie vielseitig dieser Bereich sein kann, welche unterschiedlichen Aufgaben es mit sich bringt, sei es Aufnahmen in der Notaufnahme, wie auch von Intensivstationen-Patienten, wie vielfältig der Job ist. Es kommt nie Langeweile auf und mittlerweile hat mich dieses Praktikum dazu bewegt, mich für diesen Beruf zu entscheiden und ich bin nach wie vor sehr glücklich mit der Entscheidung. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!